Rotog, ich bin ready. 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Spannung Inferno. Heute spüren wir Overwatch, weil das Ranked System von Riot richtig gut ist und wir keine, wie nennt man das? Scrimgegner bekommen. So Leute, ist sick gekommen schon, oder? Wer ist der Com-Caller? Ich bin der Support. Ich kann callen. Ich kann callen, wenn ihr wollt. Ich call auch mit, Kevin. Willst du, also ist Rotog, man? Dann geht Rotog. Wir bräuchten auf der Map, Reaper oder Tracer und Mai. Also Reaper oder Tracer auf jeden Fall einer hier auf der Map. Dann nehm ich Reaper. Ich kann nur das hier spielen. Mir wurde gesagt, das ist wie bei ganz normalen CD. Ja, das kannst... Gut, kannst du nehmen. Aber ist nicht so geil hier auf der Map. Mach mal call. Ja, ich hab ja gesagt. Einer Tracer oder einer Reaper. Flash spielt Tank. Dann Mai einer. Ja, dann musst du gut schon Mai spielen. Ich kann Mai spielen. Ne, ne, der ist supporter. Du kannst... Seh ich meine Munition? Hm... Du kannst spielen. Dann... Aber nur so zur Info. Also wir steigen schon richtig ein hier, ne? Also wir fangen jetzt nicht Larifari an. Nein, nein, nein. We try an jetzt. Theoretisch kannst du spielen, was du willst, so. Du kannst... Also wenn... Wenn mir irgendwer ab und zu ein bisschen was sagen könnte, was ich machen sollte, wär's super, Jungs. Ja. Kannst du... Kannst du hier spielen, McCree? Ist du gut? Ihr könnt schon mal, ne? Johnny hat noch nie gespielt. Johnny ist das erste Mal. Das ist das allererstes Mal. Wird es da nicht Sinn machen? Wir haben verloren, Leute. Es wird nichts. Wird es nicht Sinn machen, wenn Johnny dann Mercy spielt? Nein, Mercy ist voll wichtig. Ja, aber sie ist auch relativ einfach, oder? Nein, eben nicht. Aber warum nicht? Was sind dann hier schwer großartig hier? Der Red muss halt richtig hier gehen. Wir haben 5 Sekunden. Wir gehen raus. Auf geht! Wir gehen raus einfach. Wir schicken sie. Ich block rechts und wir gehen links lang. Wir müssen hier capture the point. Let's go links lang. Pass auf. Da sind direkt. Du musst halt gucken, was die so haben. Oh, fuck. Oh, Max. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Gar kein Problem. Die haben Deja, Reinhardt und noch was. Den da oben ein bisschen beschießen. Okay. Ich schon, ja. Johnny, ich wollte mich feiern. Einer ist eingefroren. Hast du ne Mauer, Kevin? Ich teleportier mich da hinten. Ich geh hoch. Fick den! Fick den! Fuck! Er hat mich gestunt. Ah, ich wollte den holen. Der ist weg. Da oben rechts. Auf der Terrasse. So, der McCree warten auf der auf der Treppe. Ich hab'n Reds. Ich hab'n Reds. Reds? Ich mach'n nicht. Doch jetzt. Okay, nice, 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 nice. Ich hab' zwei Reds. Ich hab'n bisschen weg. Oh, die ist safe, man. Die pushen uns die ganze Zeit. McCree ist rechts. Hier ist das Farah. Oh, ich hab' da oben hin. Äh, loll ich da auffallen machen oder verziehst du? Kann ich gar nicht unterhucken? Sola, du musst mit Tracer flanken. Er muss richtig durchschnitten. Ich geh' hoch. Ich geh' hoch auf die Terrasse. Verzieh' ich, wenn ich den Dauerschutz. Jetzt sind die dran, die Wichser. Bisschen, Johnny. Bisschen. Wir machen sie, wir machen sie. Fokus. Ja, ich hab' beide. Nice, Fokus. Kann es sein, dass McCree ein bisschen OP ist? Ja, wenn du ihn spielen kannst. Der macht seine scheiß Smoke rum, äh, seine scheiß Splashen. Nein, ich wollt' gerade... Tracer, du darfst von dich zu top machen. Ey, komm wir von hier. Was seid ihr? Alter, ja, der Tracer. Der McCree ult, McCree ult. Yes. Lord, not bad. Au. Dann können wir doch nicht machen das hier. Ja, wenn du hast Damage-Boot. Komm gleich mit Ult wieder. Ich geh' rein einfach. Komm, komm, komm. Woran sehe ich ne Ultimate? Ich kann hier irgendwas auf Q machen. Was ist das? Das ist dein Aim-Bot. Ja, da triffst du immer, wenn du... Woll ich nicht. Ich trapp' so oder so immer. Oh, okay. Haha. Was ist das? Nice. Was ist dein Heiß? Wir müssen auf die, wir müssen auf die hier. Ja, ich hab... Bin hinter der feindlichen Linie und... Ja, ich hab' ja eine weggeknallt. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Tracer, Tracer und Reaper immer nach vorne. Also ihr müsst richtig in die Backline. Wie heißt ich? Immer so weg tun. Lauf schon, Max, lauf schon. Du musst schon nach hinten. Und dann schön von hinten alles rein. Du bist, du bist... Nee, wie... Keine Ahnung, der Soldier. Genau. Oh, der Reaper! Nee, der McCree. Aber ich hab' ihn einfach vollgegeben. Komm, komm zum Wagen, komm zum Wagen. Hier hinten ist was. Und wie gesagt... Hier kommt was. Ja, ja, ich versuch immer rein zu gehen. Hilfe! Alter, der Junge. Könnt' ich helfen? Hock schon ab. Weg da, weg da, weg da, weg da. Die Volt. Die Volt, die Volt. Oh! Ich hab' dich gemessen. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Fuck, Junge! Ich bin irgendwo anders gespawnt. Ich kenn' die Map nicht. Wo muss ich hin? Ich bin irgendwo... Ich bin irgendwo... Ich bin irgendwo... Ich bin irgendwo... Ich weiß nicht, wie ich... Achtung! Oh! Ich hab's, ich hab's. Aufs Auto, aufs Auto, aufs Auto. Und wie gesagt... Tracer, Sola, Sola vor. Sola vor. Ich hab' mich grad ein bisschen orientiert hier. Mit Max. Ja, ja, ja. Du musst die versuchen immer so reinzudrücken, dass wir weiterpushen können. Genau, genau. Okay, call bitte, wenn irgendwas ist, weil ich seh... Du, du gehst so bisschen... Du gehst immer zur Seite bisschen. Johnny. Immer zur Seite und flankst und killst sie. Fick sie, fick sie, fick sie, fick sie! Deine E ist heal, by the way, ne? Hab's schon richtig gemerkt. Ich? Ich hab'n heal. Ich hab'n heal. Deine E ist heal. Deine E ist heal. Wo bist du? Ja, ja. Aber... Ich ulti! Ich ulti! Ich hab'n Damage boost. Okay, nice ult. Ich hab'n Damage boost. Ich hab'n 1. 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 Ich geh'n 1. Ich geh'n 1. Ich hab'n 1. Nee, ich hab'n 1. Ich hab'n 1. Ich hab'n 1. Die Junkkrid. Fick den! Ich hab'n 6. Fick den! Ich hab'n 6. Ich hab'n 1. Ich hab'n 1. Ich hab'n 1. Ah, die haben re-laut. Ich mein' 1. Rechts, rechts, rechts ist da einer. Oh, die ist schön, die ist schön, die ist schön! Da ist noch einer, da ist noch einer. Da ist noch einer! Der Göhne dich! Ah, fuck my light. Ja, ich hab'n 1. Okay, okay, bleib'n base'n. Langschieben, schieben, schieben. Und Max, Max und Solaits außen. Ihr habt außen so Punkte, wo ihr durchlaufen könnt. Max, du kannst da oben auf. Genau da. Genau, Max. Du hast das Frame-Bot. Oh, die Karte da oben. Ja, die habe ich. Ja, ich bin down. Komm, Kevin, du musst den wichtigsten. Oh, das ist ein Eis. Oh, reifen, reifen, reifen. Oh, Gott sei Dank geschillt, Alter. Nein, Johnny ist auf ein Abbruch gelaufen. Nein, Johnny. Wieso? Oh, das war so jung. Hast du mir leid? Nein! Mercey hinter dir, Kevin. Mercey hinter dir. Der hat mich runtergepickt. Soll ich den anderen picken? Die ist runtergefallen. Fick sie, fick sie. Bleib drauf, bleib drauf. Bleib drauf, bleib drauf. Wir können das jetzt finishen sogar. Er hat mich gefickt. Oh, oben ist noch Farah. Oh, er hat mich auch gefickt. Fick den, fick den. Oh, das war Klose. Nice. Oh, er hat mich da hochgekickt. Jetzt ist wichtig, dass wir regroupen. Ah, regroupen. Nicht einzeln rein. Ich hab einen, außer ihr ficken sie. Ja, ich hab sie überlebt gerade. Ja, natürlich. Fick sie easy, Jungs. Sterbt ihr oder sollen wir kommen? Ja, wir kommen. Wir können finishen, wir können finishen, glaub ich. Bleibt auf dem Ding. Kommen alle von links, alle links. Machen die es, okay? Komm, komm, komm. Ja, wir werden sie einfach ablegen. Oh, der fett sagt. Oh, der fett sagt. Oh, der fett sagt. Oh, der kommt mein Sohn. Komm, mein Sohn. Easy game. Weißt du, was das am Leben ist, ehrlich gesagt. Also, Tracer liegt mir irgendwie nicht so. Der Tracer ist einfach nur ein Ass. Das dauert ein bisschen, dann dauert ein bisschen. Ich bin halt von allem One-Shot, ey. Das ist halt echt ein fett. Alter, das ist halt echt ein fett. Nee, keine Ult, Alter. Wie in meinem Damage-Boost. Ich will's nur anmerken. Mit meinem Damage-Boost. Ich glaube, ich kann da ne Ult rein machen. Und dann zieh ich. Alter, die Place. Mit dem Damage-Boost. Ich hab nen Knopf gedrückt. Ja, ja. Und den hab ich da auch noch holt, Jungs. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hast du Beweise? Ja. Videobeweis. Kommt auf meinen Kanal. Schaut euch mein Game-Blift. Was für Wichser. Wow. Was für Wichser. Was für die Wichser. Ja, Kevin. Alle für die Liederbogen, bitte. Alter. Fünf neue Becher. Alter, drei Goldmedaillen. So, jetzt verteidigen wir. Und die kriegen nicht mal den ersten Punkt, ne? Ja. Also, also. Pssst. Verteidigen. Ich hab ja ne Lootbox. Du spiel einfach deinen Soldier. Deinen Soldier kannst du immer spielen. Also, ich würde jetzt nicht mehr Tracer nehmen. Nein, Tracer hat noch nicht so gute Verteidigen. Wir wollen einen Bastion. Bastion, Torbjörn. Du hast keine Stats an sich. Gibt's nicht. Du hast nur Fähigkeiten. Scheiß auf Stats. Wir haben gewonnen. Kann ich Widowmaker spielen? Ein Sniper wäre okay. Ja, Widowmaker kannst du gehen. Auf jeden Fall Mercy. Obwohl Mercy nicht so geil ist hier persönlich als Defensiver. Finde ich. Da ist der Ball geil. Finde ich geiler. Ja gut, das stimmt. Oder Lucio. Ich probier mal den Hazard gegen den Bom Bom Bom. Wir können auch mit Doppelsupport spielen. Was LeFloyte und ich gemacht haben, ist Bastion und Torbjörn picken. Und er gibt Bastion immer die Rüstung. Bastion, Bastion Turbjörn ist zu nubig hier mittlerweile. Du kannst Turbjörn gehen. Turbjörn ist gut hier. Und ich geh einfach Damage. Du kannst doch die Türme auf dem Fahrzeug bauen, oder? Ja, die Türme auf die Heapacks bauen. Dann heilen die sich die Heapacks. Du kannst Bastion oder Torbjörn gehen, eins von beiden. Oh, Bilder. Ich wechsel. Je nachdem, was ich merke. Just do it. Los! Auf welchem... Also gibt's ja nicht sowas wie Ranked Game? Noch nicht. Nee, noch nicht. Mitte Juni soll's kommen. Dinkt ja wie you're right. Müssen wir uns bald das nächste Spiel suchen, wa? Absolut, wir dürfen nur noch Spieler des Levels 14 bis 16 miteinander spielen. Aber passt auf, die können auch oben raus, ne? Die können von da auch raus. Die können da raus. Damit wir noch zu dritt spielen, ne? Sola. Wo kommen die Sachen nicht zu weit raus? Halt mal die Fresse! Sola. Die können da rauskommen. Zieht da hin am Anfang. Und wo noch? Wo noch? Was? Unten, in der Mitte können sie rauskommen und rechts. Aber da könnten sie erstmal um die Ecke kommen. Ja, die kommen sowieso her. Und hier hast du den Eingang zu dem kleinen Haus umgelegt. Die haben Reinhardt. Die haben Reinhardt. Ey, halt mal die Fresse. Reinhardt, Mercy. Die haben Hanso. Also passt auf Sniper auf. Ja, ich out-snipe den irgendwie nicht. Zieht euch ein bisschen zurück, ne? Die kommen rechts raus. Die kommen rechts raus. Die kommen rechts raus. Die kommen rechts raus. Die Jungs, jetzt seht ihr Skill. Ja, Max, die kleine Kämpferner. Oh, okay. Ich muss Maus noch langsamer machen. Oh, geht los hier. Du kannst auch aufs Reinhardt-Shield die ganze Zeit einfach mal an, Max. Wer da rumkommt, kriegt er. Oh, oh, oh. Ich schau nie mit den Sidesteps hier. Ich seh das doch. Was hat denn, Jun? Jo, hab ich! Hand zu oben, Hand zu oben. Oben rechts, um rechts. Was kannst du hier hucken? Ne, ich hab keine Hucke. Ich hab ihm einfach ne Keule. Links, links, links. McCree, McCree. Ey, Sona, komm mal an den Rand. Ich halte dich. Wendy, rechts rein. Ich hab die Uschi hier. Fuck! Ja, der hat mich. Er ist hinter uns. Er ist hinter uns. Er hat mich weggerammt, ja. Keiner hat mir gesagt, dass er ins Haus rennt. Auf einmal kommt er da raus und stürmt mich weg. Chasse, McCree. Der hat der Hard-Counter. Kann def sein. Das kann sein. Sind die schon drauf? Ich komme? Ja, die sind drauf. Wir nehmen dich ein halt. Oh, fuck. Nein. Die Synergy war jetzt nicht Sona. Ich hab einen Reds jetzt, by the way. Sona, komm mal an den Rand. Hier, hier. Ich brauch Hilfe. Ich bin bei dir. Don't worry. Geh raus, geh raus. Lass die durchkommen. Kevin, ich bin bei dir. Oh, das war's doch. Oh, ich bin noch gehalte Grüne. Oh, ich bin noch gehalte Grüne. Oh, von hinten, Mann. Ich reds dich, glaub ich. Kevin, ich bin bei dir. Die können wir machen. Ah, doch. Links oben, links oben, links oben. McCree. McCree. Da ist noch einer, Kevin. Oh, oh. Ich halte dich. Da kommt noch einer. Ja. Hab ihn. Oh, irgendwas rechts weg. Kevin, ich kann hier. Oh mein Gott, er ist tot. Nice, nice, nice. Hast du ihn? Ja, ja, ja. Geh zurück, geh zurück ein bisschen. Nicht zu tief rausgehen. Aber das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Ja, ich hab... Oh, ich hab auch, dass die den Max nicht kriegen. Ja, eben. Unser Captain, Leute. Komm mal. Komm von hinten und fick die alle. Ah, komm mal. Hast du Aim-Bot, oder was? Nee, nee. Ich fick die einfach so. Also ich meinte, hast du Aim-Bot dann. Ultimate. Oh, Max, das ist ein Panzer. Gönn die dir. McCree, hier ist wieder ein McCree. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die kommen von oben. Die ist schon oben auf der Grund. Ja, toll. Jetzt schon vorbei. Yes. Der ist da vorne unterwegs. Der ist zwei Hits schon. Der ist ziemlich low, der ist ziemlich low. Dieser Block, Alter. Dieser Block. Oh, ich bin tot. Langsam verstehe ich das Spiel. Passt auf, Leute. Ich bin tot. Ich kann hier mehr. Oh! Bitte nicht. Oh mein Gott, das ist ein Hanzo. Ich hab die beide. Ich hab beide. Ich hab den Fetten. Das ist oben noch ein Soldier auf dem Balkon. Ja, ich geh hoch. Ey, von Spawn verlaube ich mich immer. Ja, ich auch. Folgt der Linie. Folgt der Linie. Das ist so eine Linie. Die sind alle auf dem Point. Ich bin tot. Ich komm mal. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Der checkt nicht, dass sie hinter ihm stehen. War das von denen, die Ulti? Nein! Ich bin aber so schlecht gebeten, Alter. Dieses blaue Kreis. Äh, vier Hektar. Ich hab mich da drauf. Aber ich bin alleine. Egal. Du musst das verteidigen hier, ne? Ja, ich war auf dem Punkt gerade. Ich bin da, aber... Einfach versuchen, mal so viel Zeit wie wirklich rauszukommen. Wir haben schon lange verteidigt eigentlich. Hier 50 schaffen die niemals. Niemals. Ah, bis zum ersten Posten ist schon. Ja, wo machen wir das? Oben ist noch einer. Irgendwo ist hier oben einer gelaufen. Ich brauch hier. Fuck, ich bin alleine, ne? Sind die hier durch? Alter, ich geh jetzt schon in die Backline, ihr Picker. Wo sind die jetzt denn? Ein bisschen Gay-Spot, aber... Oh! Backline Main! Du da! Kick ihn. Ich ulti? Ich ulti? Ich hab drei! Alter, mit meiner Ulti-Mate, ey! Geh, geh! Da kommt ein Soldier von hinten. Ich Soldier von hinten. Der ist gleich hinter euch. Alter, der fucking Reinhard, der rusht die ganze Zeit einfach. Naja, aber wir können den ficken jetzt. Muck dir das Auto nach hinten. Muck dir das Auto nach hinten. Nee, man muss nicht dran stehen. Nee, ach komm. Easy. Ich bin gleich wieder da, boys. Yo, die machen die gleichen Fehler, die Vollidiot. Jetzt wird gerattert. Alter, nee. Der Beste steht da hinter denen. Ja, die weit weg ist vorne. Max, ich hab ne Damage-Boost. Ja, die sind halt weg. Warte, ich geh gleich mit Ult rein, ja? Komm jetzt, jeder. Pass auf, pass auf. Von hinten kommt ein Soldier, von hinten kommt ein Soldier, ne? Vorsicht. Das bin ich. Oh, McCree, McCree! Wo ist der? Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Oh nein, ich bin Solo! Ich bin Follow! Ich bin Follow! Ich bin wieder voll. Ich bin wieder voll. Ja, ich guck. Drei im Haus! Ich geh mit Panzer rein ins Haus! Rechts, 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 Kevin! Ich hab' den Damage-Boost! Hast? Oh, mein Gott! Ich hab' den Redzen-Best. Oh, fucking Trottet! Hab' ich! Oh, fucking Trottet! Hab' ich! Er hat doch noch mich geballert, aber ich hab' den Hand so raus. Oh, mein Gott! Wie lang will ich die alle einfach halten? Doppel-Heat! Doppel-Reds, doppel-Reds! Ich bin wieder überlebt! Ich bin wieder überlebt! Ich kann Redzen! Wusst' ich, was Redzen heißen soll. Redzen! Redzen, du Lappen! Entschuldigung! Niveo Wege spielt, Junge? Mann, Mann, Mann! Mann, 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 Mann! Battle-Reds war das, die Bühne 9! Oh, man! Der Einen war in der Base! Ja, weiß ich die ganze Zeit noch! Jo, das ist halt voll OP! Oh, da ist Hanson! Oh, hinter euch ist Lucien nämlich einfach. Ne, Lucien war's auch richtig. Woah, what the fuck? Da kann man da in mein Haus landen. Mai ist halt so geil mit Mercy, weil du nicht sterben kannst. Oh! Die sind einfach hinter uns, aber neben das Ding. Ich hab' den Jungen! Ja, die sind echt behindert. Ey, die sind komplett dumm! Oh, die haben Ultimates. Das ist noch fast ein bisschen. Die haben ziemlich viel Shields. Ja, ich hab' nur einen. Ja, ich hab' zwei! Keine Ahnung! Schau' drei! Nein! Ich halt' die so auf, weil ich mich immer umpositionier' in die richtigen Wichser-Positionen. So war' ich Reaper. Oh, wie viele Kills hab' wir nicht so? Ja, das ist scheißegal. Ich hab' 19. Wenn der Kree wird wieder blipped. Ich hab' 13. Das ist scheiße. Man muss einfach wissen, wie man mit Bash umgehen muss. Du bist tot, ne? Äh, ich bin tot. Ich komm' mal wieder. Aber es sind zwei Millionen. Ja, ich lebe, ich lebe. Alter, ich bin einfach drei Millionen. Fuck you! Jonny oben im Fenster, Jonny! Nein, ich bin noch hinter dir, mein Freund. Ja, bist du tot. Kannst du mich wiederbeleben, oder? Nee, das kann ich nicht auch cool. Das ist mein Ultimate. Achso, das wusste ich nicht. Sorry, ich hab' nicht gecheckt, dass wir... Okay, einfach regroupen. Einfach regroupen. Einfach regroupen. Ja. Wo seid ihr? Jetzt übel. Und wenn du siehst, dass du nicht so viel Chancen hast mit Draw Attack, ne? Dann nimm rein. Oh mein Gott. Hey, ich hab... McCree, das ist McCree. Ohhhh, das war nicht so geil. McCree nicht Checkpoint, Leute. Wir müssen den letzten jetzt gut verteilen. Aber es ist nur drei Minuten. Der wird jetzt nicht einmal geclared werden. Müssen auch passen. Nicht jetzt stemmen. Einfach jetzt chill. Ich bin gleich wieder da. Chill kurz, chill kurz. Du musst halt die Map auch kennen, ne? Ich block einfach. Ja, Map kennen und sowas, ne? Überbewertet, mein Freund. Aber jetzt bauen wir immerhin nicht mehr so weit weg vom Objekt. So, wir sind ja jetzt eben echt... Die kommen jetzt aber. Einer ist oben drauf schon. Ein Hurensohn. Was heißt oben drauf? Hurensohn. McCree ist hier drin. Boah, ich hab immer noch arbeiten. Jeiße. Ich bin ziemlich laut. Ich kann nicht allein. Ich komm da nicht hin. Geht ihr die mal ein bisschen aufhalten? Holy shit. Gibt's friendly fire? Oh. Nein, nein, nein. Oh, nice, nice scene. Vorsicht, oben ist der Raketenopferhal. Kevin, ich kann nicht da... Ich will schlecht helfen. Ja, ich komm raus, ich komm raus. Ich bin jetzt auf dem Ding. Max kann ich auch nicht kielen gerade. Irgendwo oben ist der Lushy Raketenopferhal. Ich komm hier klar aus. Wir haben den Pharah oben. Oben. Weißt du was oben heißt? Hab ich erwischt? Zweimal? Ah, ich bin down. Aber Matt oben stehen. Oh, ne Pharah ult gerade. Die ist scheiße, die ist scheiße. Die ist scheiße. Ich hab jetzt... 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 Ich hab jetzt noch mal... Ich hab noch mal... Reds jetzt. Schuh geblockt. Captain Sniper. Machen das, ja. Ich baue mein Tommy hinten auf. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall so ein richtig schlechter Warlicker. Ich schieße immer, weil ich denke, die sind da, aber die sind noch hinter der Wand. Also ich würde jetzt... Ja, wirst du auf Flash? Ja, wirst du auf Flash? Was ist das alles für Fauner? Oder wenn ich die first time so... Und die können überhaupt nichts? Brum, brum, brum. Ich darf nicht! Oh, was? End of Blood! Ich hab noch mal einen Reds. Ich hab noch mal einen Reds. Also wir sollten das gewonnen haben. Ja, wir haben das, oder? Ich geb dir immer sofort... Das ist so geil, wenn ich dir dann Damage-Boost gebe, wenn du einen Woop hast. Ich baller den komplett um. 90 Damage gemacht. Das ist einfach nur ein nice Combo, ey. Ich bin immer noch... 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 Ich block halt immer den Weg links da hinten. Was ist die down? Oh... Oh fuck... Ich hab schon länger nichts mehr geschossen, ne? Ich bräuch' den! Ich bräuch' den! Ich bräuch' den! Komm nach rechts, komm kurz raus! Äh, ich bin raus! Ja, die haben keine Chance, sobald die da vorbeikommen... Oh, die haben... Ja, wunderbar! Beautiful! Oh, leu! Wie viel Ausrüstung hier liegt! Geil! Ausrüstung? Das ist Schmott, Juge! Das ist reicher! Okay, okay. 40 Sekunden, wir dürfen nicht gays werden, ne? Sonst GG hat die Gruppen. Schön, Johnny! Aber jetzt einmal clear, sollte das auch nicht sein. Das ist alle, ich hab' den schon mega gertet. Oh, schöner Hooker! Mein Junge, das ist der Hooker! Wir haben... Wir haben gerätzt, passt auf grad! Passt auf dem! Oh, Johnny! Ab dich! Ich block, ich block's! Passt auf, wo du mit! Nice! Block einfach! Oh! Oh, no! Der kann ja One-Shot, hab ich vergessen. Ah, komm jetzt! Level 2, Junge! Jetzt räum' auf! Komm von hinten rein, Geduld! Ja, schön! Ja, das ist unsere Runde! Heilt mich! Nice! Unbesiegter Spandalfärer! Ui, der Kleine! Zack! Weggeballert hab' ich ihn! Also mein Turm! Alter, diese Hooks sind gut! I like! Keine Overtime, oder? We run himooo! Zwei! Zwei! Ich bin halbe Sekunde zu früh! Easy! Easy! Oh! Oh! Jungs! The German Guy! Ah, waal! Was ist los, alter? Du fettes Schwein! Das war wie im Real-Life! Ja, da ist schon wieder Hand of Blood mit einem Highlighted Spiel! Ich hab immer mich wie Reaper positioniert! Kann man so machen! Kann man so machen! Kann man so machen! Jetzt kam Kevin zurück! Ah, mit der Ultima-Arch! Ge- 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 Ja, warte, ging die ganze Zeit schon weiter, Junge. Ey, das Aiming muss ja erstmal kennen. Also, ich bin doch. Bei so 14 Enemies hockt das schon zick, oder? Ich würd' sagen... Das war... 44... Spandauer Inferno. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Kids. Tschüssi.